In diesem Tutorial trainieren wir den Laut S in Wörtern. Ziel der Übung ist, dass das Kind lernt, den Laut S richtig in Wörtern zu sprechen. Hierzu verwenden wir die große Lautgestenkarte von Simon aus dem XL-Karten-Set sowie die Bildkarten aus dem Bildkarten-Set 1, Vokale und Einfachkonsonanten. Wir üben Wörter, die mit S anfangen und benutzen die Lautgeste von Simon als Lernhelfer. Die Lautgeste von Simon geht so. Die Sprechübung ist in ein kleines Spiel eingebunden. Wir sagen zu dem Kind, heute zeigt uns Simon seine Lieblingsbilder. Das sind alles Wörter, in denen seine Geheimsprache S vorkommt. Wir wollen die Wörter mit der Lautgeste richtig sprechen lernen. Und wer das schafft, gewinnt die jeweilige Bildkarte. Sack, Säge, Sand, Seehund, Seife, Sieb, Sofa, Sonne, Suppe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020